Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es hier Midsommar im Mediabook und wieso das Ding hier die volle Verarsche ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute mal wieder ein Unboxing und zwar zu dem Film Midsommar, was ich in den Händen halte. Film Review dazu habe ich schon gemacht. Ich verlinke das hier nochmal an dieser Stelle. Könnt ihr euch angucken. Ich fand den Film wirklich genial. Ist ja wieder von Ari Aster, der schon Harry Dittery gemacht hat. Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, alles von dem Film erfahrt ihr im Review. Jetzt geht es erstmal nur hier um dieses, naja, sehr dünne Mediabook hier. Und ich kann gleich mal vorweg sagen, wieso das hier eine Kundverarsche ist und wieso das Ding hier eigentlich, naja, eine kleine Farce ist. Das ist einfach, weil hier geworben wird mit dem Directors Cut, ja. Zweier Blu-ray Limited Edition mit Kinofassung und Directors Cut und 60 Seiten Bucke mit exklusiven Bildern. So, ja. Der Directors Cut geht, glaube ich, circa 25 Minuten länger. Wenn ich das gesehen habe, der geht 172 Minuten und die Kinofassung geht 147 Minuten. Jetzt haben wir hier aber, wenn ich das hier euch mal zeigen kann, hier spiegelt noch, wer die Folie rum ist. Jedenfalls sehen wir hier unten Directors Cut Original mit Untertitel. Und das erfahren wir nirgendwo. Bei Amazon sieht man das nicht. Bei Amazon, wenn man auch das Produktbild dort sieht, dann ist hier sogar noch ein runder Aufkleber drauf, wo drauf steht, exklusiver Directors Cut. Und nirgendwo steht dabei, dass es nur den in Original mit Untertiteln gibt. Und das, finde ich, ist eine Frechheit. Hier, ich glaube, von Koch, Weltkino ist das hier eigentlich. Aber ich glaube, das Mediabook ist, glaube ich, von, ja, was weiß ich, Weltkino. Also, der Film, Universum-Film ist der, aber ist ja egal. Jedenfalls habe ich da mitgekriegt, dass über Social Media, dass ich schon drüber aufgeregt wurde. Und die haben halt Antwort gegeben, dass es zu aufwendig wäre, weil viele Szenen verändert worden sind. Und dass das nochmal nachzuvertonen einfach zu teuer gewesen wäre. Aber wir kennen das ja, es gibt ja bei manchen Filmen so, dass dann ja Kinofassung halt in Deutsch ist. Und die anderen Titel, die zusätzlichen Szenen halt dann einfach untertitelt sind. So hätte man das ja hier auch machen können. Wäre zwar auch nicht die perfekte Lösung gewesen, aber wäre noch okay. Aber haben wir halt nicht, ja, so, ja, schauen wir uns mal an, was jetzt daraus geworden ist. Mediabook, glaube ich, kostet so um die 20 Euro. Ist jetzt auch nicht, sage ich mal, jetzt so viel teurer, teuer, sagen wir mal so. Also ist ein normaler Mediabook-Preis, sage ich jetzt mal. Nicht diese Dinger, die sonst 40 Euro kosten, zum Glück nicht. So, dann haben wir hier den, ja, die J-Card sozusagen. Ich zeige dir jetzt hier nochmal an dieser Stelle, ja, ab 16 dieser Filme hier bei uns. Ein einzigartiger, ein einzigartiger Traum und ein Meisterwerk von Jordan Peele. Naja, das sagt nicht viel, weil der hat Bier und Get Out gemacht. Zwei totale Flops, meiner Ansicht nach. Aber wie gesagt, so sind auch Geschmäcker verschieden, so wie bei diesem Film hier auch. Einige mögen ihn, einige mögen ihn nicht. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt mal an hier. Wir haben hier ein schönes Weiß, ja. Im Midsommer ist hier so, ja, mit so einer Schrift, die so, ja, ich will nicht sagen geprägt ist, aber ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr das so sehen, dass das, ja, so in den Rotschimmer, ja, so und so ein bisschen reingeprägt. Ich sage mal so, so aufgedruckt, sagen wir es mal so. So, ja, Motiv, ich sage mal, wer den Film kennt, weiß Bescheid, ja, passt zu dem Film. Rückseite hier auch so von diesem Midsommerfest halt, wie sie da rumtanzen, eigentlich auch, ja, gutes Bild. Passt vom Stil her genauso hier, gefällt mir eigentlich sehr gut. Hier auch nochmal Midsommer genauso in dieser Schrift wie vorne, so ein bisschen reingeprägt hier in diesen Rot glänzend. Öffnen wir das Ganze mal und ich zeige es mal hier, wie es... Ihr seht schon, es ist doch sehr, sehr dünn, es ist mehr so ein Digi-Book anstatt ein Media-Book. Aber schauen wir uns mal, wie es von innen ausschaut. Und da muss man sagen, gefällt mir der Stil eigentlich sehr, sehr gut hier mit den Farben, alles mit den Motiven hier auf der Disc. Ja, sehen wir hier geht das Motiv weiter, so bei Capelet ist ja das auch so bei den Media-Books, dass es über den rüber geht. Hier haben wir zum Beispiel die Kinofassung, steht ganz fest drauf, ganz fett fest. Ja, schauen wir uns mal hier das, ja, sagen wir mal, Anführungsstriche Media-Book an hier. Horror als Therapie. Hier, so ziemlich cool, dass man hier so ein paar Bilder hat hier vom Set, also von den Aufnahmen, nicht vom Film. Das ist schon mal sehr, sehr gut, gefällt mir. Weil die, ja, so zehn Bilder, sage ich jetzt mal, die sieht man ja im Film. Ja, auch hier mit dem gezeichneten Stil, gefällt mir das sehr, sehr gut, auch hier mit diesen Umrandungen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Muss natürlich aufpassen hier, das sieht schon alles leicht spoilermäßig aus hier, was wir hier haben. Ja, also gefällt mir sehr gut hier das Booklet. Hier haben wir dann den Directors-Cut mit 172 Minuten. Ja, der halt leider nur in Original mit Untertiteln vorliegt. Ja, auch sehr cooles Motiv hier mit dieser Zeichnung. Also das, ja, ich würde mal sagen, mehr Digi-Book, Media-Book ist es irgendwie, ja, es ist eigentlich schon ein Media-Book. Wir haben vorne und hinten das drin, wie beim Media-Book auch ist. Aber irgendwie wirkt es so ein bisschen dünn, auch von der Größe her ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, mir gefällt es sehr gut. Ich finde den Preis sehr gut, ich mag den Film. Wie gesagt, schlecht ist halt natürlich mit dem Directors-Cut, dass er so geworben wird, wenn er vorher mit besser umgegangen wurde, dass man sagt, der liegt hier wirklich nur im englischen Ton vor, ist das ja auch völlig okay. Man muss es halt bloß kommunizieren. Und daher, sage ich mal, ist es eigentlich eine Verarsche, ist ein Kundenfang einfach. Ich weiß, dass viele Filme, die halt in Deutsch gucken, die halt nicht im Originalton schauen, gibt es halt sehr, sehr viele Leute. Und ja, darum ist es dann für die natürlich, ja, eine Verarsche. Ist halt eine Enttäuschung, ist es halt, ja, wurde nicht richtig kommuniziert, muss man einfach so sagen. Könnt ihr mir in den Kommentaren sehen, wie ihr das so seht mit dieser Verarsche. Ob ihr das auch so seht wie ich oder ob euch das egal ist. Aber wie gesagt, ich finde schon, da sollte man wirklich dann, ja, schon bei Amazon zum Beispiel steht ja dann oben, mit Sommer eine Directors Card, verlängerte Fassung, dann hätte er einfach hinterstehen müssen, oh, Original mit Untertiteln nur, wäre es ja okay, ja. So ist meine Meinung. Ja, jetzt würde ich noch sagen, denkt dran, am Sonntag der Livestream, oder besser gesagt, Montag um 1.30 Uhr in der Nacht geht es los. Es gibt auch was zu verlosen, ihr seht das hier schon. So eine coole Emailletasse, also schon ein kleiner Teaser hier. Ja, gibt natürlich da auch was zu gewinnen und das ist was davon. Ja, in diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.